In den letzten Wochen und Monaten habe ich ja hier auf dem Channel so selten über neue Comic-Verfilmungen gesprochen. Und deswegen dachte ich mir, wird es heute Zeit für eine neue Comic-Verfilmung? Und gemeint ist die Reihe Invincible. Eine Serie, die diesen Freitag, also den 26. März bei Amazon Prime Video rauskommt. Jede Woche kommt eine neue Folge raus und die ersten drei Folgen durfte ich schon sehen. Hab das also im Hinterkopf, wenn ich hier ein bisschen über die Serie spreche. Und keine Angst, ich spoiler natürlich nicht. Für die Leute, die es nicht wissen, die Reihe, also die Comic-Reihe ist von Robert Kirkman. Und Robert Kirkman ist euch vermutlich allen ein Begriff. Der hat die fantastische Comic-Reihe, nicht Serie, die Comic-Reihe The Walking Dead gemacht. Und die Comic-Reihe ist wirklich fantastisch und mindestens ebenbürtig ist wirklich Invincible. Die Comic-Reihe hat es auf 144 Ausgaben geschaffen, wo wirklich eine Menge passiert, eine Menge Twists und auch verrückte andere Sachen. Auch wenn die eigentliche Story sich erstmal ziemlich banal und alt bekannt anhört. Man hat einen jungen Typen, der heißt Mark, der ist auf der Highschool und hat ganz normale Teenager-Probleme, so wie es auch andere Teenager haben. Und auf einmal bekommt er dann Superkräfte und muss versuchen, damit umzugehen. Aber das ist ein bisschen anders in der Welt. Da gibt es ganz viele andere Superhelden. Und der stärkste Superheld von allen ist Omni-Man, der Vater von eben Mark. Und die erste Folge, muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich die Comics schon kenne, fängt erstmal ein bisschen ruhig an und die fängt auch so mittelmäßig an. Ich dachte erstmal, okay, da hat man vielleicht nicht ganz den Geist der Comics getroffen. Aber ich verspreche euch, im Laufe der ersten Folge schon wird es immer besser und immer spannender und man bekommt die Charaktere alle so nacheinander präsentiert. Und dann baut sich die eigene Geschichte auf und die ist wirklich spannend. Und auch wenn ihr erstmal selber das Gefühl habt, dass die erste Folge vielleicht nichts für euch ist, wartet bitte bis zum Finale der ersten Folge. Weil da passiert was ziemlich krasses. Das nehme ich natürlich auch nicht vorweg. Und vor allem auch die Folge 2 und 3, die sind dann mindestens ebenbürtig. Da wird es dann wirklich die ganze Zeit spannend. Und auch ich habe mich erstmal gefragt, wie nah kommt man denn hier an das geniale Comic rein. Weil das Comic ist wirklich fantastisch. Das hat einige tolle Story-Aspekte, tolle Twists und andere Sachen zu bieten. Und ich verspreche den Comic-Kennern erstmal, es ist sehr nah an der Vorlage, dass die Sachen, die man da drin wiederfindet, auf jeden Fall klasse umgesetzt sind. Und es gibt aber auch, für Comic-Kenner vor allem interessant, auch einige Veränderungen, die auch wirklich Sinn machen und auch wirklich gut sind. Und was ich richtig toll finde, dass viele Charaktere viel diverser sind als in dem Comic und viel mehr in unsere aktuelle Zeit und unsere aktuelle Situation passen. Das macht es auch irgendwie viel zeitgemäßer und auch viel spannender. Was ich auch ganz interessant finde, die haben viele Aspekte in den ersten Comics genommen und die Reihenfolge ein bisschen geändert. Dass es auf jeden Fall deutlich spannender losgeht und viel eher gewisse Sachen passieren, die aber auch wirklich so Sinn machen. Das finde ich ganz gut. Und auch einzelne Charaktere hat man deutlich stärker ausgebaut. Und das ist ja auch immer wichtig bei so einer Serie, sind natürlich die Charaktere. Und die sind wirklich klasse. Und was bei einer Animationsserie, und ich sage das euch wirklich, lasst euch nicht abschrecken, nur weil das eine Animationsserie ist. Dass, wenn man das so umsetzen würde wie im Comic, wäre viel zu teuer. Das könnte man unmöglich machen. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man es eben als Animationsserie umgesetzt hat. Und die Charaktere, was daran so toll ist, die werden von großartigen Leuten gesprochen. Zum einen hat man Mark, der wird von Steve Jung gesprochen. Dann hat man Omni-Man, der wird von J.K. Simmons gesprochen. Den kennt ihr alle als J. Jonah Jameson zum Beispiel von Spider-Man. Der hat eine hervorragende Stimme, der hat so viel Temperament in dieser Stimme. Er spricht hier in der Serie aber ein bisschen anders. Irgendwie mit so einer Erhabenheit, dass er einfach alles weiß und super stark ist und einfach eine unglaublich wichtige Person ist. Das bringt er hier wirklich gut mit seiner Stimme rüber. Aber auch die anderen Synchronsprecher sind toll. Man hat Zachary Quinjo, man hat Maharsha Lee, man hat Jon Hamm, den man aus Mad Men kennt. Also ihr merkt schon, da steckt ganz, ganz viel Schauspielkraft in den einzelnen Stimmen drin. Und das ist auch wichtig, weil einzelne Szenen wirklich emotional sind. Also gerade, wenn verschiedene Personen natürlich miteinander reden. Und auch, was den Wortwitz angeht, das muss man natürlich auch gut rüberbringen. Und vor allem auch, wenn man so, ja, mag es Eltern hat und mag, die halt miteinander sprechen, ist es halt wichtig. Und auch schön, dass die Chemie da stimmt bei den Personen. Das merkt man auch und das ist genau deswegen, weil die Synchronsprecher eben so toll ausgewählt wurden. Und ich habe ja kurz die Animationen schon angesprochen. Die sind vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die sehen aber wirklich so aus wie in den Comics. Also da hat man sich sehr nah an den Comic gehalten. Finde ich auch wichtig, gerade für die Fans der Comics. Und man muss sich vielleicht hin und wieder mal erstmal dran gewöhnen. Und was die Story angeht, das sieht nach dem ersten Blick alles nach dieser gewohnten Spider-Man-Story aus. Aber ich kann euch versprechen, das ist es eben nicht. Weil hier in der Reihe und auch in den ersten Folgen schon wirklich so viele Twists passieren, die auch Sinn machen und die toll eingefügt werden. Und vor allem, was die Serie auch auszeichnet, sind die wahnsinnig brutalen Szenen. Also es ist keine typische Marvel-Verfilmung. Dafür ist es viel zu brutal. Das ist auch R-Rated und das merkt man wirklich. Gerade was eine Szene angeht, die ist sogar auch noch brutaler als in den Comics. Da war ich auch erstaunt und die ist wirklich klasse umgesetzt. Das haut ordentlich rein und wenn ihr sowas wie The Boys mögt, wo es auch oft drüber geht, dann schaut hier unbedingt in diese Serie mal rein. Ich finde, das ist so eine verrückte Kombination aus The Boys und Spider-Man mit wirklich fantastischen Charakteren, die toll umgesetzt sind. Bis auf zwei, die in der Comic-Vorlage schon nur sehr mittelmäßig waren und hier in der Serie leider noch schwächer sind. Fand ich ein bisschen schade, aber die meisten Charaktere, die passen dann doch. Und wirklich, die Story-Elemente, die Story, die entwickelt sich so gut. Und die Twists, die man hier sieht, die schockieren einen wirklich und die überraschen auch. Und glaubt mir, da passieren noch so einige Sachen, die noch nicht in den ersten drei Folgen passieren und erst vielleicht in Staffel zwei oder drei passieren werden. Also da passiert noch ganz, ganz viel in der Serie, verspreche ich euch wirklich. Und ja, gerade in Kombination mit diesen verrückten, brutalen Szenen, bis es mal wieder doch was Neues, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick altbekannt wirkt, kann ich jedem von euch nur Invincible empfehlen. Jedenfalls, wenn ihr Comic-Verfilmungen mögt und auch wenn es eine Animationsserie ist. Also von mir bekommen die ersten drei Folgen erstmal und ich glaube, das kann ich auch für die gesamte erste Staffel sagen, sehr gute, sehenswerte acht Punkte. Schaut da unbedingt mal rein. Freitag geht's los und dann schreibt ihr mir in die Kommentare mal, wie euch die erste Folge gefallen hat. Und ob ihr das ähnlich seht, dass die ein bisschen schwach angefangen hat, aber das Finale, das entschädigt wirklich für alles. Seid gespannt und ja, am Wochenende, vielleicht auch schon Freitag, gibt's dann die nächste Folgenbesprechung zu The Falcon and the Winter Soldier. Macht's gut, ciao!